Lust auf überragendes Essen, Entspannung wie auch Kinderbespaßung und etwas Zeit für sich zu haben? Dann seid ihr im Ikuna Park in Natternbach in Oberösterreich genau richtig. Zwischen Spiel, Spaß und Entspannung gibt es super viel zu erleben. Wie zum Beispiel der Favorit unserer Kinder, die Dino-Welt. Hier sind lebensechte Dinos aufgebaut. Hierzu habe ich mal kurz einen Zusammenschnitt gemacht. Auch mit verschiedensten Spielen ist hier gesorgt. Wie zum Beispiel ein Reaktionsspiel. Eine super lange Murmelbahn, wo die Kinder auch noch ihre Murmel mit verschiedensten Motiven bestempeln können. Rutschenparadies vom Feinsten. Hier seht ihr mal ein paar Ausblicke hiervon. Und natürlich die Sprungrutsche. Da sind sogar die Erwachsenen froh. Dann gibt es noch eine riesen Ritterburg, wo die Kinder rutschen können, spielen können. Alles in allem ein super gelungener und toller Urlaub für jung und alt. Und dann gibt es noch eine riesen Ritterburg, wo die Kinder rutschen, wo die Kinder rutschen, wo die Kinder rutschen, wo die Kinder rutschen, wo die Kinder rutschen. Und dann gibt es noch eine riesen Ritterburg, wo die Kinder rutschen, wo die Kinder rutschen, wo die Kinder rutschen, wo die Kinder rutschen, wo die Kinder rutschen. Und ich bin klar.